Peter Klein und Yvonne Würke schweben auf Wolke sieben. Im Interview mit Bild sprechen die beiden Turteltauben über ihr Liebesouting, ihre gemeinsame Forsthaus-Rampensau-Teilnahme und eine mögliche Hochzeit. Peter Klein und Yvonne Würke sorgten monatelang für Schlagzeilen. Nach dem Australien-Drama mit Iris Klein wurde immer wieder spekuliert, dass die beiden ein Paar sind. Gefunkt hat es aber erst viel später, wie Peter und Yvonne jetzt Bild erzählen. Es hat damit begonnen, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, da wir unseren gemeinsamen Song einsingen und uns auf den Schlagermove in Hamburg vorbereiten mussten. Da haben wir gemerkt, dass doch mehr Gefühle als nur Freundschaft vorhanden sind. Und dass man die Nähe des anderen sehr genießt. Peter Klein möchte Yvonne Würke heiraten, Peter hat gerade die Scheidung von seiner Ex Iris hinter sich. Es war ein langer Prozess, der mir viel abverlangt hat. Es stand immer dieser Ungewissheit im Raum, ob die Scheidung überhaupt stattfindet, da es doch Punkte gab, über die man sich nicht einig war, gibt er zu. Jetzt, da alles überstanden ist, fühle ich mich frei und bin froh, dass dieses Kapitel beendet ist. Endlich kann sich Peter voll und ganz auf seine neue Liebe konzentrieren. Ob für ihn sogar eine weitere Hochzeit in Frage kommt? Yvonne ist eine tolle Frau mit einem super Charakter. Eine Hochzeit mit ihr könnte ich mir durchaus vorstellen. Für mich ist sie die optimale Partnerin an meiner Seite. Ich war zwar jetzt schon das zweite Mal verheiratet, aber sag niemals nie. Gewinnen Peter Klein und Yvonne Klein Forsthaus Rampensau? Vorher ziehen Peter und Yvonne aber erstmal ins Forsthaus Rampensau, ihr erster TV-Auftritt als Liebespaar. Ist es nicht mittlerweile modern, seine Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen? Eigentlich sind wir mit der Bekanntgabe unserer Beziehung in Forsthaus Rampensau Germany da voll im Trend und gleichzeitig erreichen wir damit sehr viele Menschen. Und was haben die anderen Kandidaten zur Liebesüberraschung gesagt? Die Mehrheit der anderen Paare hat positiv auf uns reagiert, was uns eigentlich überraschte. Es gab aber auch Paare, die so wie wir es erwartet hatten, auf unsere Beziehung mit Ablehnung und Unglauben reagiert haben, erinnern sie sich an den Dreh. Wie sie die Konkurrenz abhängen wollen. Wir sind sportlich, intelligent, verdammt gut aussehend und einfach ein mega gutes Team. Ob das am Ende für den Sieg reicht, erfahren wir ab nächsten Samstag.